Ich bin jetzt gerade mit meiner Freundin auf der Kirmes und wir wollen uns jetzt gerade an diesem Greifer mal versuchen. Meine Freundin hat sich jetzt ein gewisses Kuscheltier gewünscht und ich versuche das jetzt mit diesem 10 Euro Schein da rauszuholen. Ich weiß nicht ob ich es schaffe, aber ich gebe mein Bestes. Komm, wir gehen mal wechseln. Du musst mich schon filmen, sonst geht das doch gar nicht. Mach ich doch. Einmal 10. So, dann kommen wir hier. Okay. 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 So cool. Dann sehen wir hier mal. Komm, wir versuchen das noch mal zu kommen. So cool. Und dann sehen wir auf! So cool! So cool! Toadlich. So cool! So cool! So cool! So cool! Das ist mir gerade aufgefallen, es sieht aber echt ein Zauber aus. Okay. Wasser. Okay, dann kommt wieder mit. Ich glaube, hier gibt es zwei Euro Wünze, die ist recht. Jetzt tue ich diese zwei Euro Wünze, diese hier, da rein. Kommt her, kommt her. Kommt her. So, jetzt versuchen wir es mal. Okay. Meinst ihr, der Greifer steht gerade so gut genug, um dieses Kuscheltier da zu bekommen? Wir probieren es einfach. Passt auf. Passt auf. Oh, schade, schade. Aber wir haben noch einen Versuch. Ich probiere es auf jeden Fall nochmal. Das Kuscheltier liegt auf jeden Fall so. Das Kuscheltier. Das Kuscheltier. Das Kuscheltier. Ich sehe jetzt diesen Finger, ich drücke jetzt den Knopf. Meinst ihr, es geht gut? Das Kuscheltier. 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 Musik Willst du mal Enten angeln? Ja! Willst du Enten angeln? Ja! 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 Ja, was soll ich denn jetzt machen? Alles klar! Dann geht's los jetzt! So, passt auf! Willst du den Piraten dahinten, da wo ich mit dem Greifer jetzt hinfahre? Alles klar! Und los geht's! Passt auf! Ja! Oh! Die Krallen, die kacken nicht immer so richtig! Also die gehen immer wieder auf! Ah! Ich hab noch einen für so! Passt auf! Passt auf! Der liegt jetzt gut! Den könnte ich jetzt bekommen! Alles klar! Schaut hin! Ich hab 10 Euro eingesetzt! Und den bekomm ich jetzt! Nicht! Ja gut! Ist auch egal! Wir treffen uns gleich am nächsten Stand! Ich hab die 10 Euro jetzt leider verspielt! Ich hab aber diesen süßen Kerl hier bekommen! Schauen wir einfach mal! Alles klar! Wir sehen uns! Peace! Bis zum nächsten Mal! Peace! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!